Hi, ich bin Florian. Ich mache eine Ausbildung zum Automobilkaufmann und ich zeige dir heute, was dich bei dieser Ausbildung erwartet. Am meisten an meiner Ausbildung gefällt mir, dass ich in jeder Abteilung zum Einsatz komme. Ob Verkauf, Buchhaltung, Teiledienst oder Werkstatt, ich kann in jeder Abteilung eingesetzt werden und bin ein echter Allrounder. Derzeit arbeite ich im Service. Dort bin ich der erste Ansprechpartner für den Kunden. Ich muss natürlich eine Menge Ahnung von den verschiedenen Abläufen in den Abteilungen haben, denn ich arbeite nicht nur im Service, sondern auch im Verkauf und mit den Kollegen in der Werkstatt. Klar ist, dass ich einiges über Autos wissen muss, denn wenn ein Kunde sein Fahrzeug zur Reparatur bringt oder zur Inspektion, erkläre ich ihm gerne, was in seinem Fahrzeug gemacht wird. Wenn ich mal etwas nicht weiß, dann frage ich meine Kollegen aus der Werkstatt, denn die helfen immer gern weiter. Und als Azubi kann man jeden Tag nur dazulernen. Neben dem Kundenkontakt arbeite ich auch viel im Büro, denn zu meinen Aufgaben gehört neben der Buchhaltung auch das Bestellen von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Diese abwechslungsreiche Arbeit macht die Ausbildung und den Beruf so spannend. Mein Ziel ist es, für den Kunden zu arbeiten, denn wenn ich als Ansprechpartner gebraucht werde, stehe ich gern zur Verfügung. Richtig klasse finde ich es, wenn ich bei Fahrzeugauslieferung dabei sein kann. Wenn der Kunde zum ersten Mal seinen Neuwagen sieht, freue ich mich mit ihm mit. Wie du siehst, ist der Beruf als Automobilkaufmann sehr abwechslungsreich. Du solltest natürlich Lust haben, auf Menschen zuzugehen und das Interesse mitbringen, dich immer mit technischen Neuerungen auseinanderzusetzen. Außerdem solltest du technisches Interesse und finanzielles Verständnis mitbringen, um deine Arbeit im Büro gut zu erledigen. Du hast Interesse bekommen? Dann bewirb dich in einem Volkswagen Autohaus zur Ausbildung zum Automobilkaufmann und werde ein Volkswagen Original.